hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von drug simulator mit großen änderungen mod mäßigen großen änderungen als erstes ihr seht es ist kein russland mehr drauf und ich habe also die russland map wieder runter geschmissen in verbindung mit der pro mod die pro mod wäre auch dafür zuständig gewesen dass island drauf ist ja aber das habe ich ohne warum warum weil ich möchte ja so für zukünftig wenn wir dann fernfahrten irgendwann mal haben hier runter nach spanien denn die ist denn das ist bei der pro mod nicht dabei und eventuell nach afrika kommen mit fähren oder wie auch immer fahren oder auch griechenland oder auch ganz italien ist hier dabei das fehlt alles bei der pro mod und deswegen gefällt mir um ehrlich zu sein die tsm mod ein tick besser ich bin auch mal gespannt wie es mit der performance jetzt aussieht ob das immer noch diese ruckler gibt bei dieser mod bin ich mal gespannt normalerweise wahrscheinlich ja wollen wir schauen die zweite mod seht ihr dann im spiel ich habe eine ultra realistik physik mod das besonders merkt man wenn der lkw in schleudern kommt wenn hinten insbesondere wenn ein großer auflieger dran ist dann kommt ihr echt in kurven viel eher in schleudern ich bin mal gespannt ich bin echt mal gespannt so ich hoffe dass das auch mit dem batch 1.22 zusammenarbeitet alles was ich jetzt drauf habe ansonsten muss ich veränderungen vornehmen so wir gehen aber ins auftragsangebot ja dieses mal sage ich euch doch nichts von luxemburg sondern ich rede ein bisschen so vor mich hin habe nichts von luxemburg rausgesucht sondern ich spiele euch mal ein video ein ja wie so ein dieselmotor funktioniert so dazwischen wollen wir auch mal interessant so was technisches habe ich euch ja glaube ich schon angekündigt ich habe jetzt die erlaubnis von dem der das video erstellt hat das ist dann auch nehmen kann so wir bräuchten jetzt hier luxemburg wohin wohin wollen wir mal nach frankreich rein und dann über die schweiz wieder zurück kommen wir gehen mal nach frankreich es ist wieder so ein schwerlast transporter und eine wichtige lieferung aber mal schauen aber vielleicht noch was am nach metz aber da bekomme ja gar nichts nach nürnberg gefällt mir besser gefällt mir um einiges besser wichtige lieferung 9000 gefällt mir toll super wir waren außerdem noch nicht in nürnberg über nürnberg kann ich euch auch ein bisschen was erzählen über die alte nazi stadt hätte ich bereits gesagt aber die hat natürlich hitler insbesondere um auch ausbauen lassen und da gibt es ein dokumentenzentrum auch dort und da kann man sich einiges drin anschauen über die nationalsozialistische zeit sowie der vorratstank keine ahnung was die da meinen ob das dann einfach nur fässer sind oder wie auch immer elf tonnen ist nicht die welt ist eigentlich recht leicht zu sarno ach zum sagt landwirtschaft zur agrarstätte so los geht's ach wir sind direkt beim wir sind direkt beim volvo händler aber beim volvo händler sind dann müssten wir doch in luxemburg dann auch ein volvo händler haben wir haben trotzdem einiges an zeit können die ganze nacht durch und dann vielleicht sogar ein bisschen früh fahren wir noch noch sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus so wir müssen uns natürlich schauen uns erstmal wieder an wie es von draußen aussieht zu sarno ach diesmal passt ich denke durch die pro mod hat auch meine eine mod diesmal passt zu sarno hier stimmt bestimmungsort stimmt jetzt hier ich glaube die pro mod hat einiges durcheinander gewürfelt vielleicht sind wir mit der tsm mod besser sieht toll aus und vor allen dingen mal einen anderen auflieger und sieht toll aus super schön oder sein echt toll hört sich ja gut an mal ein stück das war trotzdem anhalten weil ihr wisst wir müssen uns erst mal orientieren hu 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 tampoco nürnberg na denn auf nach nürnberg so die wichtigsten dinge müssen wir uns natürlich merken nach mannheim fau mal rüber so, Luxemburg wir fahren, wir gehen mal noch ein bisschen zu mal noch ein bisschen näher, damit wir wissen, wie wir rausfahren hier ganz normal raus ja, was heißt ganz normal nach rechts raus im Grunde und dann, ja, dann wird es schwierig auf die A3 sollten wir drauf jetzt ist natürlich die Frage wo geht die A3 hin? nach Metz, eventuell die wird zu A31 und sollte nach Metz gehen eventuell oder A31 wo geht die noch hin? nach Dijon eventuell, ne, man weiß nicht ob Dijon vielleicht ausgeschildert ist jedenfalls dürfen wir eigentlich gar nicht nach Metz rein, sondern müssen auf die A4 und wohin geht die A4? mal schauen nach Straßburg aha okay, nach Straßburg hmm Straßburg aber da dürfen wir auch nicht hin wir müssen dann oh, Landstraße echt sicher wirklich? Nürnberg ja, ansonsten müssten wir hier Landstraße fahren ist ja auch nicht es passt schon hier oh, ob wir die Landstraße nach Mannheim Landstraße finden puh nach Mannheim Landstraße puh das wird das könnte ui jai jai hm merken wir uns das? ansonsten wenn wir einmal in Straßburg sind dann müssen wir in Straßburg mal kurz runter und wieder anhalten und uns neu orientieren ne, falls wir nach Straßburg kommen ansonsten Mannheim wenn wir da die Landstraße fahren dann ja, irgendwie rechts hm rechts und dann einfach immer geradeaus an einem Kett vorbei und dann auf die A6 Nürnberg puh das wäre aber interessant, oder? kommt das durch die hatten wir davor auch so viele so kleine Sträßchen? kommt das durch die TSM Map? wäre natürlich toll dann wäre die um einiges besser, finde ich oder? also jetzt mal ähm wenn wir dann ähm hier in Nürnberg angekommen sind oder so Richtung Nürnberg dann könnten wir die A9 Richtung Leipzig und dann müssen wir aber gleich wieder runter nach Nürnberg, ne? hm hm ja, das wird und dann wartet mal ich mach mal ein bisschen größer ja, dann wird es auch nicht viel besser, ne? dann puh ähm boah das müssen wir uns nachher nochmal anschauen dann hat das heieiei ja, das wird echt übel so, wir haben sowieso kein Navigationsgerät okay so, ähm ja dann los dann los gehen wir mal ja, Volvo Händler entdeckt sehr schön für uns so, und jetzt wie da wie müssen wir jetzt hier habt ihr einen Plan? ähm ich glaub rechts, oder? bin mir nicht sicher oder? ah, wir müssen fahren ja, ich weiß, wir müssen fahren mussten wir rechts anstatt auf die A3 Metz haben wir gesagt ne? A3 Metz hm Wahnsinn Wahnsinn hier ich glaub wir sind falsch ein bisschen ich glaub wir sind hier ein bisschen falsch wir haben nicht ein Schild hier, ne? A3 Metz wir sind ich glaub wir haben schon hier unseren ersten warte, ich schau mal kurz nö sieht noch gut aus so, dann A3 Metz, ne? ja, doch nicht doch nicht falsch gefahren so, jetzt kommt's drauf an puh, ganz schön eng hier ich bin noch ein bisschen ich bin noch ein bisschen aufgeregt weil das ist äh, gar nicht so einfach so, Metz perfekt geradeaus und dann, was haben wir dann gesagt? die A3 und dann auf die A4 irgendwie, ne? puh so, Richtung Metz Straßburg haben wir gesagt dann A4 Straßburg, ne? das wär so der nächste großer Deal den wir einzuhalten haben oh, da müssen wir uns richtig konzentrieren hier ich glaub da werd ich gar nicht großartig zum blau dann kommen sag mal denk ich das nur oder sind jetzt die Lichter besser? also ich denk ich denk der Umstieg auf die TSM Map war eine richtige Entscheidung die Lichter sind doch jetzt wieder anders von den Autos die uns entgegenkommen die sind doch viel besser meines Erachtens sollst du mal aufpassen nicht, dass wir nach dem da vorne reinfahren so, und jetzt aufgepasst na, ganz großartig ach so, halt äh, Straßburg ja, wir müssen wieder rüber halt, da könnten, kommt einer doch, der ist rübergefahren äh, die haben ja gesagt die haben die äh, KI intelligence im Patch haben sie ja, aufgebessert ich glaub ich glaub ich glaub, ja ne, der wär uns das letzte Mal wär uns doch der ah, vier ach, so halt ich bin wieder oh puh bin wieder auf die Mitte ja, ich wollte auch die Taste ändern das wollte ich schon seit 5000 Folgen puh im letzten Moment im letzten Moment rübergerissen so, ähm wir haben gesagt Straßburg A4 muss man ja aufpassen wie ein wie ein Adler ein Adlerauge muss man hier besitzen sehr schön also ich bin wirklich sehr beeindruckt ich glaub die TSM wirklich die war eine richtig gute Entscheidung so, jetzt müssen wir aufpassen ne äh, wir haben gesagt Straßburg und dann müssen wir irgendwann die Landstraße nach Mannheim, ne eine Landstraße nach Mannheim das wird nochmal das größte Problem sein oder wir haben gesagt wenn wir in Straßburg reinkommen dann einfach nach Straßburg reinfahren ne aber doch natürlich sind die Lichter besser fein fein uah ja wie gesagt die äh wir haben ja hinten ganz schön ne haben wir eigentlich nur 11 Tonnen ähm die Realistic so Physikmod die ist natürlich hier auch entscheidend so nicht dass wir wieder hier unseren Anhänger verlieren oh hier ist gar nicht für LKW Mist hab das gesehen wir hätten ganz rechts rüber gemusst lassen sie uns trotzdem durch ne 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 doch ich hab schon gedacht die lassen uns nicht durch weil wir bei BKW hin sind ganz rechte ne habt ihr das gesehen oben ganz rechte war für ja für LKW hab ich erst im letzten Moment gesehen so Mannheim ne das wäre unser nächstes hier super zur Zeit klappt das hervorragend jetzt hab ich's beschrien ne ich weiß ich weiß ich hab's beschrien ich muss sagen lässt sich ein Tick ein Tick schwieriger steuern in den Kurven insbesondere so Mannheim oder jep sehr schön so und was haben wir gesagt dann nach Mannheim auch jetzt weiß ich nicht mehr was wir nach Mannheim halt weil sie achso wieder Maut so sehr schön und man muss da bis ran jep so sonst sind wir das nix hier fein das ist ja richtig ich find eine richtig interessante Fahrt bisher schön wirklich schön weil bisher gefällt mir das super richtig abwechslungsreich hier sehr beeindruckt sehr beeindruckt so jetzt müssen wir erst mal aufpassen Landstraße haben wir gesagt und dann auf die Entschuldigung auf die A9 auch die Straßen sehen die nicht da sieht der Belag da nicht sogar ein bisschen anders aus irgendwie ohne Mittelstreifen jetzt wieder ähm nee halt erst mal was haben wir gesagt die A6 glaube ich ne A6 nach Nürnberg wenn wir die finden muss man eigentlich tanken nähen muss man unsere Tankanzeige seht ihr die Tankanzeige sehe sie momentan nicht momentan sehe ich keine Tankanzeige aber schön hier wirklich schön hier aufgepasst LKW können ja wohl es geht können drüben rausfahren ne ist aber auch schön hier dass manches so ein bisschen verweht ist vom Schnee ne und manches ist halt frei ne macht ja diese Wintermod ne ja und sonst Nürnberg war ich war ich schon oft Chris Kindlesmarkt habe ich euch schon erzählt da drüben meine kleine Ortschaft sehr schön Chris Kindlesmarkt habe ich euch schon das erzählt ne ne glaube nicht aber wie gesagt das können wir dann in der nächsten Folge da kann ich euch ein bisschen was über Nürnberg erzählen und da kann ich euch dann auch ein bisschen weil wie gesagt Nürnberg da kenne ich mich ein bisschen selbst aus weil ich da auch schon öfter war und in der die nähere Umgegend die ist ja auch oder Umgebung ist ja auch sehr schön so raufwärts dann kommt man in die Fränkische Schweiz rein runde dann natürlich nach München ach warte mal ähm sag mal muss man da nicht dazwischen mal rechts fahren ähm 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 was denn hier aufgepasst muss man dazwischen nicht mal rechts abbiegen es könnte uns natürlich jetzt das Genick brechen ne ich kann mich wieder entsinnen eher wie auf die A6 hier ist was ich glaube hier müssen wir rechts weg oder wir sind schon zu zu weit mal schauen was da als Schild steht Mannheim ich glaube wir sind zu weit wartet mal wir fahren mal rechts ran ich glaube nämlich wir sind zu weit ich bin mir nicht sicher aber ich glaube wir sind echt zu weit ach jetzt habe ich ja 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 nee das war äh ja nee wo ist wo ist da mein Blinker hier super so oder nee nö das passt alles wir sind echt gut unterwegs sehr schön rechts das war rechts ach so ja dann war das rechts ja dann weiter geht's ne kurz Finkelpause oh er kommt gut er kommt gut hier voran muss ich sagen was fahren wir denn Mercedes Mercedes kommt gut her aus dem Schnee raus jetzt haben wir natürlich einen vor uns die ganze Zeit hatten wir natürlich schön frei schaut mal hin die Lichter die sehen doch komplett anders ja mannheim hatten wir schon das heim des manu des hermann ja also wie gesagt mit dieser TSM ich finde es ganz gut dass man dann auch mal runter nach Spanien oder so kann ich möchte selbst mal noch also das so eine Motorradtour möchte ich nochmal mit meinem Kumpel unternehmen so nach Spanien runter vielleicht mal zwei Wochen Moment was haben wir hier müssen wir trotzdem mal aufpassen beim Bremsen wenn Schnee liegt ne gibt es hier irgendein Problem 70 ne ne wir bleiben weiter oh man Moment Stuttgart Moment ja wir bleiben gerade aus wär ja auch Quatsch gewesen was ist hier los das ist ja wieder zurückgestoßen das habe ich auch noch nie erlebt haben wir das schon mal erlebt los geht's also jetzt die Mods die ich jetzt drauf habe ich glaube das wird mein jo mehr werde ich nicht drauf machen sondern im Grunde dann nur wenn die TSM sich erweitert werde ich das auch drauf machen oder wenn es vielleicht mal wieder eine richtig schöne neue Mod dann natürlich klar aber man sollte man sollte keine Maps oder keine anderen Maps mit der TSM weiterverwenden deswegen tut mir leid aber da aber im Grunde haben wir wir werden das E nie auf 5 nee auf 6 brauchen wir wir werden das E nie so richtig abfangen können wisst ihr wie viel das ist ganz bis darunter also ich denke mal bis wir ihr wisst ja ich habe ja noch die Hardcore Mod drauf wenn wir dann bis wir dann einen eigenen Truck haben das ist so unser nächstes Highlight ich sag mal so ich habe es schon ein paar Mal gesagt so bei 120.000 werde ich das wahrscheinlich mal in Angriff nehmen denn man braucht ja dann noch ein bisschen Sprit dazwischen und wäre blöd wenn wir dann gleich ins Miese gehen und aber wir könnten natürlich auch einen kleinen Bankkredit nehmen ja das wäre eine Möglichkeit ich mag aber keinen Kredit um ehrlich zu sein nehmen so richtig habe ich da keine Lust drauf wir versuchen die profitabelsten Aufträge hier anzunehmen da müssen wir es doch auch so hinbekommen oder ja ich habe ja schon mal angefangen euch zu erzählen dass es diesen American Track Simulator so in in Wälde geben wird ich habe mir den ich habe mir es wirklich mal angeschaut aber es verändert sich überhaupt und gar nichts an der Mechanik des Spiels ja das mag ja in Ordnung sein und auch richtig weil die ist ja gut trotzdem hätte ich mir gewünscht dass so ein bisschen Gameplay Elemente oder andere Gameplay Elemente hinzukommen wenn man es so sich anschaut ist es mehr oder weniger genau dasselbe mit anderen mit einer anderen Landkarte und natürlich mit anderen Trucks mit diesen amerikanischen großen Trucks trotzdem ich glaube ich glaube dass ich mir das holen werde ich denke schon weil es ist noch mal ein anderes Gefühl wenn man durch wenn man durch die USA dann heizt mit so einem riesen Gerät ich hoffe natürlich dass dann auch anständige Sound Mods drauf sind denn ich war ja in den USA drüben und die klingen schon genial also die klingen schon ein bisschen anders als unsere überhaupt auch dort ist ja der TÜV nicht so wie in wie in Deutschland und zum Beispiel mein Motorrad ja als ich als ich mit meinem Motorrad da drüben war ich habe mich gar nicht getraut wenn ich so andere Biker wenn wir uns da getroffen haben so mit anderen Bikern so die waren schon richtig beeindruckt also dass ich mit meinem eigenen Motorrad da drüben war und so es war schon es war schon cool aber dann abends hat man sich getroffen noch einen getrunken es war schon toll aber von so einer Heritage so ein Sound von so einer Harley das ist schon was das ist echt schon was da kommt da kommt meiner meiner kommen da nicht dran aber trotzdem nichtsdestotrotz also die waren wirklich die waren hat echt Spaß gemacht die waren wie gesagt beeindruckt dass ich da mit meiner da drüben war also eine Harley das wäre natürlich so wir haben gesagt die A6 und dann Leipzig nicht verpassen und dann runter da ist ja auch keine Sturzhelmpflicht aber Achtung nur in einigen Staaten in den USA in deswegen kann es passieren wenn man über die Grenze fährt dann setzen dann setzen sie ihre Helme ab dazwischen wenn man über so Staaten Bundesstaaten Grenzen fährt und ja dann müssen sie sie wieder aufsetzen also ich bin als ich dort gefahren bin ständig mit Helmen gefahren weil einfach durch den Wind und so ja ich bin schon mal auch ohne Helm gefahren einfach mal um das Freiheitsgefühl zu sehen aber die größte also die meiste Zeit bin ich mit Helm gefahren Innsbruck da geht's da geht's da geht's da geht's nach noch Liter noch Liter haben oh es reicht das sieht man auch wie viel wir verbrauchen schaut mal hin wir verbrauchen 91 jetzt hab ich nicht aufgepasst müssen wir rüber 91 Liter wir haben wir ganz schön verbrauchen wir gar nichts schau mal hin 66 138 wumm durch einfach mal durchgelassen weg einfach weg so Nürnberg ist noch ausgeschildert Nürnberg dann geht's hier weiter rauf nach Erlang und dann kann man auch auf Freistadt Bayern sehr schön und dann kann man ja auch weiter rauf zum Beispiel wieder nach Thüringen Erfurt dann kommt man auch rauf nach Berlin das war so meine meine Strecke rauf A9 ja die A9 apropos nicht vergessen hier aber hier jetzt jetzt ist es wirklich toll ich bin ich bin so begeistert ich bin so froh dass ich oh da hinten schaut mal hin wie die Sonnenstrahlen so rauf kommen ich bin so froh dass ich die TSM-Mod drauf habe ich glaube das war wirklich eine richtig gute Entscheidung und ich glaube die fährt also ich finde wir fahren flüssiger oder ich habe jetzt nicht drauf geachtet aber ich merke keine großartigen Ruckler oder so ganz Mikroruckler vielleicht oder ich denke aber das hat sich gebessert gegenüber der ProMod bin der Meinung jetzt ein kleines bisschen bergiger schön voll in den Tunnel da von herein gibt es da einen Tunnel aus 6 bin ich noch nie gefahren aus 6 bin ich echt noch nie gefahren wir müssen mal aufpassen so jetzt kommen wir bleiben wir gleich hier ich denke auch noch ich weiß vielleicht sollten wir rüber aber ne passt passt aber so lange auf der A6 da habe ich schon wieder ihr merkt jetzt bekomme ich schon wieder Zweifel obwohl wir hätten rüber gesollt so schnell sind wir dann doch obwohl der Mercedes fast 100 und berg rauf ja so jetzt müssen wir aufpassen aufgepasst jetzt Salzburg München Nürnberg wir bleiben Nürnberg sehr schön und dann haben wir gesagt müssen wir runter Nürnberg hier bleiben ja so dann müssen wir nach Nürnberg runter ich hoffe dass es nicht 1000 Ausfahrten gibt sind wir irgendwo 40 mitten auf der Autobahn ich habe mir ich habe neulich mal Let's Play gesehen über so einen ja wie wie sag ich es Bausimulator und da hat der Let's Play hat da ein Windkraftrad hochgezogen war ganz ganz interessant finde ich so Nürnberg müssen wir jetzt rein sehr schön bleiben wir gleich hier auf der Spur ihr merkt schon meine Stimmung steigt meine Stimmung steigt schon allein weil ich finde es ist flüssiger und insgesamt gefällt mir die die TSM Mod so aufgepasst dass wir nicht noch irgendwo gegenknallen so was haben wir jetzt gesagt irgendwas mit rechts immer rechts glaube ich wir müssen immer rechts fahren Stau gefahren die Frage ist ob wir jetzt hier gleich rechts müssen ist hier vielleicht Sarno ausgeschildert ja oder jetzt habe ich es nicht ganz schön mit der mit der Sonne habe ich es jetzt nicht gesehen aber wir fahren jetzt rechts aber super sag mal ist da an den Laternen hängt da was hängt da Eiszopfen dran habe ich noch nie gesehen so aufgepasst so wir müssen dann glaube ich nochmal rechts dann zu diesem Landwirtschafts ja ein bisschen doch Bruglöse noch dran das kriegen wir dann doch nicht hin tatsächlich hier Sarno ja doch Bruglöse sind noch dran Polizei ne die kriegen wir dann doch nicht so einfach raus naja dann war das doch eine tolle Fahrt ne ich finde es war eine tolle Fahrt könnt ihr anderer Meinung ach so jetzt habe ich wollte ich euch doch den Diesel mit rein habe ich vergessen da hätte ich mal drei Minuten Ruhe hätte ich mal drei Minuten nicht sprechen dürfen das habe ich vergessen machen wir das nächste ja tut mir leid ich will euch doch zeigen wie so ein Dieselmotor funktioniert ach mein anderem so ja dann hier müsste man eigentlich sogar recht gut rückwärts reinkommen denn wir haben einen langen habt ihr noch könnt ihr euch noch an an Lidl ja das habe ich noch nicht wegbekommen ich habe es versucht zu finden aber keine Ahnung wie das geht es soll ja mit dem Patch 1.22 weg sein hört ihr es so ich finde ja unseren Auflieger ist noch cool ich weiß ein bisschen zu weit nööö nööö Sieht relativ entspannt aus. Ja, wie gesagt, man sieht hier wieder wenig. Oh, ein Spektakel hier, na. Man sieht hier vor, wir bekommen Tor Nr. 2, ist unser Tor. Jetzt gehen wir ein bisschen noch rum. Ich hoffe, dass das so passt. Perfekt, oder? Perfekt, nein, nicht ganz. Nicht ganz perfekt. Susano, wir haben da einen Vorratsdank. Vielleicht nur einen Vorratsdank. Ach so, jetzt verstehe ich es. Da drin kann man irgendwas aufbewahren. Dann stillen sie sich hin und da gibt es Futter oder was rein. Sehr schön. Sehr schön. Das war doch mal, ne? Das war doch mal ein Auftrag. Ohne, das, also, wir hätten es nicht besser machen können. Enthusiastisch bin ich. Sehr enthusiastisch. So, wir werden die Fernfahrten hier mit rein machen. Als nächstes. Und, jo, dann langsam, ne? Langsam nähern wir uns unserem eigenen Truck. Sehr schön. Gefällt mir. Ciao, ciao für heute. Na gleich. Also. Ich sehe. Ich sehe. Beide. Ich hoffe, du, zu. Ich sehe.